Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Bauer sucht Frau. SimSibine Productions hat sich gedacht, es geht kein Single-Format und kein Trash-TV-Format ohne die lustigen und die kuriosen Bauern dieser Welt, die ihre Liebe suchen. Nach dem Bachelor-Format, dem Bachelorette-Format und Bachelor in Paradise war einfach als nächstes Bauer sucht Frau auf dem Programm. Ihr seht hier schon die Feierabend-Crew. Das Ganze nehmen wir live auf, auf Twitch. Wenn du auch mit dabei sein möchtest live, dann schau auf www.twitch.tv slash SimSibine und ich freue mich sehr, wenn du auch mit dabei sein willst. Du darfst jederzeit unser Spielgeschehen mit beeinflussen. Wir starten jetzt rein mit dem ersten Bauern und die Community hat entschieden, Harald, der haarlose Hühnerwirt, wird der erste sein, dessen Frauen wir uns heute mal anschauen und versuchen, wie er und seine Mutter mit den Frauen zurechtkommen. Deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Part und let's go! Dann starten wir rein bei Harald, dem haarlosen Hühnerwirt. Es wird der Hammer! So, nochmal zur Erinnerung, das ist Haralds Hühnerhof. Wir befinden uns in Brindleton. Harald hat den Hof hier schon in jahrelangen Besitz seiner Familie und sie haben mehr als genug Hühner. Aber es können nie genug Hühner sein. Ich glaube, es wird noch der ein oder andere Hühnerstall folgen. Das hier ist die Mutter Heike Hedwig-Hühnerwirt. Heike Hedwig hat diesen Hühnerstall damals von ihren Eltern schon bekommen und damals schon von den Eltern bekommen, also schon jahrelang im Besitz und die Eltern haben auch schon viel Geld investiert in das Haus. Deswegen ist das Haus inzwischen völlig modernisiert und überholt. Also das eigentlich so das Neueste vom Neuesten ist hier vorhanden. Und ihr einziger Sohn, Harald, lebt halt immer noch zu Hause und lässt sich nicht dazu überreden, auszuziehen. Harald hat natürlich auch vor, diesen Hof weiterzuführen. Und da dieser Riesenhof und das ganze Haus natürlich von ihm alleine nicht geschafft werden kann, sucht sich Harald eine Frau. Und bislang hat es in Brindleton mit den ortsansässigen Damen nicht so ganz funktioniert. Deswegen hat seine Mutter gesagt, dann geh doch mal zu dieser Inka-Bause, äh zu dieser Simsebiene-Bause, die vermittelt doch immer adrette Damen an so Goldschätzchen wie dich. Fand er erstmal nicht so gut, aber jetzt hat er sich drauf eingelassen und die Damen sind da. Und Simsebiene Productions hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat tip-top Kandidatinnen für Harald, den haarlosen Hühnerwirt, herangezaubert. Wir haben alles Mögliche an den Kandidatinnen an Typen und Eigenarten dabei. Aber ich sag euch was, Heike Hedwig, Hühnerwirt, wird die Frauen auf Herz und Nieren prüfen. Denn die müssen ja schließlich den Hof, so wie sie sich das vorstellt und wie sie es von ihrer Mutter und von ihrer Oma und die wiederum von ihrer Mutter und von ihrer Oma gelernt hat, so hat dieser Hof auch weitergeführt zu werden. Deswegen mal gucken, wie es läuft. Ich freue mich auf die Mutter. Ich auch. Harald, was machst du denn? Guckst du Schmuddelzeug an? Harald, guckst du Schmuddelzeug an? Die Damen kommen jetzt. Ja, ja, im Internet zu öfter. Jetzt lass, jetzt sag doch erstmal Hallo zu den Damen. Die stehen immer noch hier draußen und wissen nicht so recht, darf ich da schon jetzt reingehen oder? Er kann ja mal sie freundlich zugeben, dass er Angst vor Vampiren hat. Komm, hör mal auf, jetzt hier zu daddeln, mein Guter. So, da kommt Harald mal raus und quatscht mit Hannah. Ja, Hallöchen, die sagt schon mal nett. Hallo aus der Ferne. Er wollte jetzt erzählen, dass er Angst hat vor Vampiren, aber sie denkt, ach komm schon, Vampire gibt es überhaupt nicht. Quatsch. Die Erste hat sich entschieden, mit den Puppen auszuspielen. Caroline, hat jetzt auch mal Hallo gesagt? Ah, ist umgedreht, denkt sie, nee, ich spiele doch lieber noch nicht mit dem Puppenhaus. Ich mische mich einfach mal hier in die Unterhaltung ein. Nicht, dass hier eine schon Vorteile hat. Aber Nadja, Nadja geht vorbei, lässt die Mutti links liegen. Ob das gut ankommt, ich sag's euch, ob das gut ankommt. Und das Erste, was sie macht, ist straight up ins Kinderzimmer und erst mal, ja, Puppenhaus spielen. Weil sie kindisch ist. Nadja ist ein kindischer Sim und deswegen denkt sie sich, nee, bevor ich hier irgendwie mich bei der Mutti vorstelle, ich gucke, ich checke erst mal hier das Spielhäuschen aus. Oh, sehr gut, sehr gut. Anne. Anne hat zuerst die Mutti begrüßt. Das ist ein sehr schlauer Schachzug. Anne ist direkt an Harald vorbei und quatscht erst mal mit Heike Hedwig, die auf der Couch Fernseh schaut. Jetzt kommen auch die anderen Damen, denen ist es aufgefallen, dass es gar nicht blöd ist, dass man vielleicht Heike erst mal anspricht. Aber ich muss sagen, Anne, Respekt, Anne, das war ziemlich gut. Sie macht direkt einen guten Draht zur Mutti. Und sie plaudern und schauen währenddessen Politisim. Ah ja, Nadja hält's nicht lange aus, langweiliges Gespräch, politische Sendung ist ihr zu öde, sie geht wieder mit dem Spielzeug spielen. Und Caroline besticht im Moment eigentlich nur damit, dass sie sich bei bestehenden und existierenden Unterhaltungen dazu gesellt und auch nicht weiß, was sie sagen soll. So, da kommt es, Schätzelein. Harald hat sich auch dazu gesellt. Ja, und Caroline winkt fleißig. Caroline ist eher der Typ, offensichtlich nicken, lächeln, winken und am besten nichts Falsches sagen, nicht wahr? Wir haben ja sie ganz vergessen. Hannah, Hannah, du hast dich noch gar nicht bei der Mutti vorgestellt, aber schon am Laptop sitzen. Und Nadja denkt sich, hm, soll ich spielen gehen? Okay, nee, ich quatsch doch mit den Erwachsenen. Habt ihr auch den Eindruck, Caroline nimmt gar nicht so richtig am Gespräch teil? Sie sitzt zwar da und hört zu, aber mehr halt auch nicht im Moment. Jetzt, ja, übers Wetter. Guck mal, Caroline hat sich getraut, oberflächlichen Witz übers Wetter zu lassen. Guck mal, wie die Mutti reagiert. Ha. Ich glaube, sie versucht höflich auszudrücken, dass sie manche Sachen nicht so gut findet. Oh, die Mutti ist beschämt. Sozial unbeholfen, wegen Sozialkontakt. Einzelgängern fällt es schwer, soziale Kontakte zu knüpfen. Eine unbeholfene Situation reicht aus, um sie zu beschämen. Also Mutti fühlt sich nicht so wohl mit diesem ganzen Sozialkontakt. Die ist lieber mit ihren Hühnern alleine. Aber es muss ja jetzt. Sie hat es ihm ja ange... Sie hat es ja quasi... Hat er gesagt, dass der Goldschatz hier mal ein paar Frauen kennenlernen soll. Und ich muss wirklich sagen, Anne macht es bis jetzt am besten. Sie hat sich direkt als Erste zur Mutti gesetzt, als sie noch ganz alleine war vor dem Fernseher und hat erst mal in aller Ruhe mit der Mutti geredet. Während Hannah weiterhin den Browserverlauf checkt und Nadia sich einfach nicht entscheiden kann zwischen ich würde so gerne mit dem Pluppenhaus spielen und ich sollte vielleicht doch erwachsen agieren. Und da sehen wir natürlich Harald. Ich glaube so, das ist so ein typisches Ding. Ich sitze lieber allein auf der Couch und ich check mal lieber meine Fingernägel, bevor ich mich hier aus Versehen mit Carolin unterhalte. Also die beiden kriegen es auch nicht zustande, ein Gespräch zu führen. Er traut sich auch nicht. Und die Mutter... Die Mutter... Oh, Mutti denkt sich jetzt... Nee, das ist dann doch zu blöd. Ich gehe erst mal in mein Bett und verstecke mich. Das ist mir jetzt alles zu viel. Ich habe mich da mit einer von denen unterhalten. Die anderen können mir jetzt gestohlen bleiben. Genau, und Harald erst mal so... Nee, ich muss mich mit meinen Hühnern beschäftigen. Aber das ist wirklich ein guter Zeitpunkt, dass Harald sich jetzt mal nicht vor den Fernseher knallt, sondern wir müssen uns ja wirklich um die Hühner kümmern. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass uns jetzt die Tiere versagen. Die Frauen sind zwar Hauptsache, aber die Hühner sind... Also die Tiere der Bauern sind für die Bauern ja im Moment noch wichtiger, als die Frauen, die da vorbeigekommen sind. Darum unbedingt die Tiere nicht vergessen. Erst mal sammeln wir die Eier ein und dann streuen wir ein bisschen Futter. Das macht alles jetzt noch der Harald selbst. Genau, hol mal die Hühnchen her, dass sie sich alle schön was zu essen holen. Harald ist es nämlich ein besonderes Anliegen, dass es den Hühnern gut geht, das ist ein Bio-Bauernhof, falls ihr es wissen wollt. Gucken wir mal, Heike. Heike Hedwig hat sich schon wieder aus dem Bett getraut und guckt weiter Gameserien. Und Respekt, also Anne ist sitzen geblieben und traut sich weiterhin dem peinlich berührten Schweigen von Heike Hedwig entgegenzustellen. Okay, das war es schon wieder. Heike, wo geht es hin? Auf den ersten Schnee reagieren? Den ersten? Es ist Frühling. Oh ne, es schneit und alle sind so... Wow! Außer Harald. Dem ist aufgefallen, dass er vielleicht seinen Browser-Verlauf löschen sollte, jetzt wo die Damen da sind und so viel Zeit am Computer verbracht haben. Und die Oma hat sich was... Die Mutti hat sich was zum Lesen mitgebracht. Mensch, das wäre deine Chance gewesen, Caroline. Caroline steht in dem Moment auf und geht und stellt der Mutti auch noch einen Fernseher aus. Ei, ei, ei. Ich würde sagen, Heike, beziehungsweise die Mutti, macht jetzt hier mal ein bisschen Haushalt. Das ist einfach ihr Ding. Sie möchte, dass sich alle wohlfühlen. Die ist einfach in ihrer Routine drin. Deswegen macht sie jetzt mal Abendessen. Gemüse, Teig, Taschen, Oma. Es lebe das Chaos. Natia scheint sich am Schrecken und Wut anderer zu ergötzen. Ist nur der Zeitpunkt gekommen, zuzugeben, dass sie Unfug mag? Ich befürchte, ja. Harald, traust du dich schon? Ah! Guck mal, wer sich hier herangetraut hat. Anne! Anne hat Harald einfach mal beim Computerspielen gestört und unterhält sich mit ihm. Also Anne geht's richtig schlau an. Sie hat die Mutti einfach ein bisschen überrumpelt, um sie kennenzulernen. Jetzt hat sie Harald einfach mal ein bisschen überrumpelt, um ihn kennenzulernen. Aber ich glaube, so läuft's, weil Harald und seine Mutti sind ja doch ein bisschen gelebt, introvertierte Menschen. Und das funktioniert halt nur so. Und endlich stellt sich auch mal Hannah vor. Oh, da ist was schiefgelaufen, oder? Guck mal, die Mutti. Aber hat sie sie zum Kochen eingeladen? Das ist natürlich schlau. Hannah hat jetzt die Mutti gefragt. Ach, Heike. Heike, wenn du jetzt kochst, kann ich dir vielleicht helfen? Ich kenne mich ganz gut aus. Und das ist, was du gerade... Ich glaube, ich kann von dir noch viel lernen. Und schaut mal, was direkt passiert. Heike bekommt mit Hannah direkt positive Gefühle durch zusammen kochen. Sims, die zusammen kochen, bleiben zusammen. Ohne Essen würden wir nicht existieren. Essen lässt uns wachsen. Essen verbindet uns. Essen schweißt uns zusammen. Hannah hat mitgekocht. Und Nadja auch. Die beiden. Sehr schlau, Mädels. Sehr schlau. Also ich glaube, die Idee kam von Hannah. Und Nadja stand da rein zufällig auch schon rum. Hat sich gehört, ich gucke einfach auch mal ein bisschen über die Schulter und frage. Aber guck mal, Hannah packt hier schon das Kochbuch aus. Ihr eigens geschriebenes vielleicht. Und erhofft sich jetzt von Schwiegermutter Heike, den ein oder anderen Tipp schon mal abzugreifen und so Wertschätzung gegenüber Heike zu bringen. So, Heike, dann ruft doch mal die Mädels hier zum Essen. Oh, habt ihr das gesehen? Caroline fühlt sich, glaube ich, gar nicht wohl in der Gegenwart von Heike. Oh, sie haben eine unbehagliche Begegnung. Wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Caroline fühlt sich gar nicht wohl in der Nähe von Mutti. Das ist nicht so ihr Ding. Also sie kommt mit der Mutti nicht so gut zurecht. Ich glaube, sie weiß nicht, wie sie sie einschätzen soll. Und sie weiß aber, dass sie eine wesentliche Rolle in dem Ganzen spielt. So, Mädels, ich würde euch jetzt raten, das Essen von Mutti Heike zu loben. Ich sage es, wie es ist. Auch wenn es nicht schmeckt im Zweifel, obwohl die Qualität ist ausgezeichnet. Ich kann euch nur raten, das jetzt in höchsten Tönen zu loben. Anne, wo setzt du dich hin? Überleg noch, überleg noch. An den Tisch. Jawohl. Das ist auch, glaube ich, schlau, dass sich die beiden Mädels hier an den Tisch gesetzt haben. Einfach, um der Mutti zu zeigen, wir wissen schon, wie es läuft. Man ist am Tisch. Und die anderen beiden machen es einfach der Mutti mal nach. Sicher ist sicher. Nur Harald denkt sich, ich weiß nicht, was sich alle so anstrengen. Ich habe schon immer, seit ich klein bin, esse ich auf der Couch und das mache ich auch, wenn ich erwachsen bin. Ich kann mir vorstellen, dass Harald der haarlose Hühner wird, dass er nicht versteht, dass er sich vielleicht auch mal ein bisschen ändern müsste. Dass er halt mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen müsste. Und nicht so sein, wie er halt auch schon mit sieben oder mit elf war, wenn er jetzt eine der Frauen von sich überzeugen möchte. Sie spült ihr Zeug gerade ab. Sehr gut, Girl. Aber das sieht die Mutti gerade nicht. Ich glaube, das hat die Mutti nicht gesehen, dass du deinen Teller abgespült hast. Aber der Gedanke ist auf alle Fälle gut gewesen. Und jetzt unterhält sich Mutti. Jetzt hat sie Gelegenheit, mal Hannah abzuchecken. Aber Hannah geht, oder? Hannah, nice move. Hannah räumt das dreckige Geschirr von der Mutti weg. Schaut euch mal an. Schaut euch mal an. Die wissen schon, wie es geht. Die wissen schon, wie es geht. Die hat sich gedacht, jeder hat seinen Teller weggeräumt. Aber bevor sie ihren eigenen Teller weggeräumt, räumt sie noch Muttis Teller weg. Und ich sage euch was. Ich sage euch was. Heike, die Gute. Die saß doch da und hat darauf gewartet, ob eine von den Damen ihren Teller abwäscht. Weil sonst ist doch sie diejenige, die hier immer den Haushalt macht. Und deswegen hat sie jetzt gesagt, ich schaue einfach mal auf den leeren Teller und warte, ob irgendwer den Dreck sieht. Weil wenn man eins von den jungen Damen heutzutage braucht, dann müssen die den Dreck nämlich auch sehen. Nicht nur wegmachen können, sondern man muss den Dreck auch erst mal sehen. Nicht wahr? So. Nice move, Hannah. Jetzt schön vor der Mutti hier mit der Hand abspülen. Jawohl. Oh, nicht in die Spülmaschine, sondern mit der Hand, damit die Mutti sieht. Ich scheue mir nicht davor, die Hände dreckig zu machen im Spülbecken. Das 5 Sterne für Hannah. Bestes Essen mit der Schwiegermutti an Tag 1. Mich würde mal interessieren, ob wir herausfinden können, was Harald über die einzelnen Damen denkt. Harald findet Nadja attraktiv. Harald findet Carolin sehr attraktiv. Harald findet Anne sehr attraktiv. Und Harald findet Hanne sehr attraktiv. Also du merkst, Harald mag halt alle Frauen. Mit Nadja ist er sich noch nicht so sicher. Die ist natürlich vom ganzen Style auch die ausgeflippterste. Das ist ja nicht gewohnt, dass eine Frau extrovertiert und bunt und schrillig angezogen ist, weil er hatte ja bislang in seinem Leben immer nur Mutti. Nicht wahr? Und Mutti ist halt eher konservativ. Hier steht noch dreckiges Essen rum. Das ist die Frage, Hannah, fühlst du dich berufen, das wegzumachen? Oder muss Heike es selbst machen? Oh, Heike geht schon wieder sich verziehen. Die packt immer nur eine gewisse Zeit lang die Menge an Leuten. Das ist ja alles nicht geheuer. Die waren da jahrelang alleine und jetzt kommen da plötzlich vier Frauen und sie weiß nicht so recht, was sie mit denen soll. Hier oben steht schon mal Carolin und begutachtet das Kinderzimmer. Und ich glaube, ihr wird bewusst, die meinen das ernst. Die haben sogar schon ein Kinderzimmer eingerichtet. Der hat noch nicht mal eine Frau, aber das Kinderzimmer ist eingerichtet. Oh, 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 oh. Da traut sich jemand. Carolin traut sich an die Mutti ran. Carolin ist böse. Böse Simse freuen sich am Elend anderer und können dies auf verschiedene Weise erreichen. Das hätte ich ihr jetzt gar nicht so zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Aber die hatten ja irgendwie einen peinlichen Sozialkontakt. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Oh Gott, es läuft gar kein Fernseher. Das ist ja noch viel absurder. Dann ist das jetzt richtig peinlich. Verstehe ich. Ja, da denkt sich die Mutti, das packe ich nicht. Das packe ich nicht. Die schalten noch nicht mal ein Fernseher ein, die Frauen. Na, dann kann ich auch gleich gehen. Ah, Carolin saß gerade die ganze Zeit mit Heike auf der Couch und hat das dreckige Geschirr angeschaut und ist nicht auf die Idee gekommen, es wegzuräumen. Und jetzt kommt Hannah, die gerade was abgewaschen hat oder sich die Hände gewaschen hat nach dem Toilettengang und setzt sich zu Carolin und sagt, Girl, wenn du Dreck siehst, musst du ihn doch auch wegmachen. Bist du gerade wirklich da gesessen, hast die ganze Zeit auf das verdreckte Geschirr geguckt, obwohl die Mutti neben dir saß und hast es nicht weggemacht? Sieht es nicht so aus, als ob du keinen Bock hättest, dreckiges Geschirr wegzumachen? Ich dachte, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich glaube, sie erzählt jetzt, also ganz ehrlich, aber wenn es auch Leute gibt wie dich, die das wegräumen, dann ist okay. Ansonsten hole ich mir aus dem Internet nämlich einfach eine Putzfrau für sowas. Jetzt denkt sich Hannah, nee, das kann ich dann ernst sein, dann gehe ich schlafen. Nee, dann gehe ich schlafen, Girl. Und Harald sitzt immer noch so am Küchendresen, denkt sich, hm, mir ist das alles irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich gehe an meinen Computer. Erstmal ihre Freundin texten. Du kannst dir nicht vorstellen, wo ich hier gelandet bin. Das ist nicht nur der Bauer, sondern der hat auch noch seine Mutti hier wohnen, musst du dir vorstellen. Und die Alte ist echt streng. Heike Hedwig ist übrigens auch schlafen gegangen, hat sich noch schön die Locken ab ins Mützchen gestopft. Nadja ist im Begriff schlafen zu gehen. Oh, guck mal hier, drei Damen gehen dann jetzt auch schlafen. Und damit sind noch wach Harald, der sie jetzt an sein Computer verzogen hat, und Karolin. Und ich würde sagen, Karolin nutzt jetzt mal die Gunst der Stunde, nachdem alle schon schlafen gegangen sind. Und deswegen spricht sie jetzt einfach mal freundlich mit Harald und fragt, wie er den Tag heute fand. Okay, es ist eine lockere Unterhaltung. Harald, jetzt ist es 22.12 Uhr. Er muss halt jetzt auch noch die Hühner eintreiben. Ach, die Hühnchen schlafen schon. Oh, alle Hühner schlafen schon. Was habe ich für brave Hühnchen. Harald hat sich auch in sein Bett gelegt, aber dann kann er halt schon richtig schlafen. Damit sind bei Harald, dem haarlosen Hühnerwirt, wird heute der erste Tag und das Kennenlernen mit den neuen Frauen passiert. Die erste Folge von Bauersuchtfrau war bei Harald, dem haarlosen Hühnerwirt. Heike Hedwig, Haralds Mutter, die ja doch, ich glaube, einen sehr großen Einfluss auf Harald hat, wie das alles abzulaufen hat und wie das alles funktionieren soll und welche Frau für ihn die richtige ist, die ihren Sohn natürlich am allerbesten kennt. Die hat, ich denke, den besten Draht bisher zu Anne gemacht. Anne und Hanna haben sich sehr gut geschlagen. Aber obwohl Carolin sich anfangs mit der Mutti nicht besonders gut verstanden hat, hat sie am Abend die Gunst der Stunde genutzt und sich mit Harald zusammen hingesetzt und hat einfach mal fernab von allen anderen Frauen mit Harald ein tiefgründiges Gespräch am Computer geführt. Wer weiß, wer am Ende da wirklich das Sagen hat und wo die Liebe hinfällt. Ich fand den ersten Tag bei Harald schon wieder wahnsinnig aufregend. Ich freue mich sehr, was da noch alles kommt. Deswegen, ich freue mich, wenn euch der Part gefallen hat, über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Lasst mir natürlich gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.